moin moin und hallo heute möchte ich gerne zeigen wie den ölstand messen können an einem reno clio 3 das wichtige ist betriebswarmer motor und fünf minuten sollte der motor aus sein wenn wir diese kontrollier durchführen wir öffnen die motorhaube und da gibt es uns so ein gelbes ding mit so einem ganz langen schlauch dran aus plastik gefertigt ist er könnte könnte schnell abbrechen aber egal wir ziehen das mal raus und sehen hier schon mal für später wo wir gleich mit dem messstab uns anschauen werden und versuchen dieses komische plastik gedülle wieder in dieses riesen loch einzuführen also irgendwie ist das strange dann kurz zuschließen wie gesagt motor muss noch muss noch schön warm sein damit das öl schön flüssig ist aber es muss fünf minuten gechillt haben damit auch alles wieder runter gekommen ist wenn das jetzt in dem geriffelten bereich ist in der mitte ist alles jod zwischen rechts und links befindet sich ein liter motoröl das heißt hier in diesem fall könnte man einen halben liter motoröl nachfüllen wenn man wollte oder man beobachtet es einfach monatlich weiter und wenn sich dort nichts tut ist alles jod danach nachdem er es wieder gereinigt haben machen wir den öl dipstick wieder drauf und verschließen ihn was wir dann immer noch machen sollten ist bei dem öl einfüllstutzen zu gucken ob dort weiße ablagen sind weil das spielte das würde nämlich dafür reden dass dort wasser im kreislauf ist aber hier ist alles gut dann sage ich vielen Dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir positives feedback und bis zum nächsten mal zu und zu und dann bei Untertitelung des ZDF, 2020